Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute ein Buch aus dem WBG Verlag, also der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Der Autor Heiko Luhmann und sein Buch Alles Einbildung was nun in der 2015 erschienenen 2. Auflage vorliegt, möchte dem Leser aber nicht nur vermitteln wie unser Gehirn Reize aufnimmt und verarbeitet, sondern er beschäftigt sich auch tiefergehend mit der Frage was die Wirklichkeit ist, die Realität und ob diese für den Menschen überhaupt abbildbar sei. Diese Frage ist ja schon in der Philosophie seit Jahrhunderten diskutiert, in der Wissenschaft aber ernsthaft eigentlich erst seit Einsteins Relativitätstheorie. Ich greife schon mal vor indem ich sage dass Herr Luhmann diese Frage verneint und damit konform mit den aktuellen Forschungen geht. Es gibt keine Wahrheit, zumindest keine die wir mit unserem Gehirn wiedergeben können. Da jedes Gehirn aus einer begrenzten und konditionierten Sicht trotz eines gleichen Modus operandi also einer grundsätzlichen Art der Reizverarbeitung anders strukturiert wird. Die schier unendlichen Reize die wir durch alle Sinneskanäle in verschiedensten Lebenssituationen individuell aufnehmen führt zu so einem hohen Grad an Eben einer Individualisierung dass man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann dass es keine 2 Menschen auf dieser Welt gibt die Umwelt komplett gleich wahrnehmen und verarbeiten. Heiko Luhmann unterstützt diese These durch Neurowissenschaftliche aktuelle Fakten und strukturiert sein Buch so dass er erst etwas zum grundsätzlichen Aufbau des Gehirns sagt, dann anhand des Sehsystems die begrenzte Wahrnehmung plastisch darstellt anschließend den Thalamus als Tor zum Bewusstsein vorstellt bevor er im nächsten Kapitel auf die Manipulation der eigenen Wirklichkeit anhand von Meditation, Anästhesie oder Drogen eingeht. Im letzten Kapitel referiert er noch auf Störungen die nicht bewusst initiiert werden wie Krankheiten, Nahtoderfahrungen oder Koma Zustände und wie sich dann entsprechend die Wahrnehmung ändert. Inhaltliche Überschneidungen zum Kapitel 5 sind dabei natürlich durchaus gegeben, aber auch gewollt. Generell kann man und kommen wir zur subjektiven Bewertung des Buches einen richtig deutlichen roten Faden erkennen, der auch dem wirklich neutralen Leser ohne Vorwissen an die Hand nimmt und kaum Fragen offen lässt. Heiko Luhmann verwendet zwar Fachtermini, aber diese sind alle direkt erklärt oder finden sich immer anhangengenauer beschrieben. Jedoch verleitet der sehr populistische Titel Alles Einbildung den Anschein, dass dieses ein Buch aus der Ecke der Selbsthilfebücher mit einem entsprechend niedrigen wissenschaftlichen Anspruch ist. Das ist es definitiv nicht, sondern der Anspruch ist klar akademischer Natur. Auch hat der Autor nicht mit Anmerkungen gespart um Sachverhalte deutlicher herauszustellen und zu beschreiben und diese auch noch einmal intensiver beleuchtet. Das Buch und dessen Informationen sind wie er sich für ein wissenschaftliches Buch gehört sauber recherchiert und die Literaturliste ist angemessen lang und aktuell. Die aktuellste Quelle findet sich zwar aus dem Jahr 2012, was aber nicht verwunderlich ist. Da ich auch auf dem aktuellen Stand der Literatur zumindest von 2015 bin, kann ich attestieren dass das hier beschriebene Wissen auch dem aktuellen Wissensstand sehr gut abbildet. Das Buch ist tendenziell eher für den interessierten Laien konzipiert als für den erfahrenen Neurowissenschaftler. Das findet von der Seite meine Anerkennung, da die Thematik der Relativität zu einer entspannteren Atmosphäre in der Weltpolitik führen und wenn in den Köpfen der Menschen bewusster wahrgenommen generell auf der Welt die Grundstimmung positiv beeinflussen könnte. Einen weiteren fetten Pluspunkt bekommt auch Herr Luhmann von mir, weil er deutlich darauf hinweist, das hat mich besonders gefreut, dass Meditation keineswegs ein esoterischer Zustand der Entspannung ist, sondern ein fokussierter Zustand der absoluten Konzentration und Leistungsfähigkeit des Gehirns. Generell scheint Herr Luhmann nicht nur in seinem Fachgebiet auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft zu sein, sondern man hat das Gefühl wenn man das Buch so durchliest, dass er ein vielseitig interessierter und sehr offener Mensch ist, was sich auch in der Art des Schreibens widerspiegelt. Die Zeilen lesen sich angenehm, demütig und bestimmt zugleich. Man hat eigentlich zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass hier jemand weiß, dass er nichts weiß, aber entsprechend das aktuelle Nichtwissen sehr strukturiert und nachvollziehbar wiedergibt. Leider gibt es einen sehr großen Punkt der mir negativ aufstößt. Sowohl subjektiv als auch im Stile des Buches sprechend wahrgenommen objektiv. Und zwar verfügt das Buch über sehr wenige Abbildungen, die eben das Geschriebene noch viel deutlicher herausstellen könnten. Ich habe an vielen Stellen das Buch erst einmal zur Seite legen müssen und mir die Zusammenhänge visuell verdeutlichen müssen, wo sich die kleine Grafik auch getan hätte. Da wäre so eine kleine Abbildung einfach hilfreich gewesen und es ist mir sehr sehr häufig passiert, gerade auch vor dem Hintergrund und das meine ich mit wahrgenommen objektiv, dass der Autor im Buch selbst davon spricht wie unheimlich unterschiedlich die verschiedenen Medien und Gehirner arbeitender Menschen und entsprechend müsste es ja Herr Luhmann bewusst sein, dass es sehr visuelle Menschen gibt, die einfach ein paar Grafiken als sehr hilfreich empfunden hätten. Gerade auch bei komplexeren Zusammenhängen hätte ich mir einfach noch häufiger gewünscht eine zusammenfassende Visualisierung, eventuell in Form einer kleinen Mindmap, was ich ja bei der Thematik doppelt angeboten hätte. Naja, der Preis mit aktuell 25€ ist absolut angemessen. Ich habe lange überlegt ob ich hier aufgrund der fehlenden Bildchen auf 4 Sterne runter gehe, aber das schien mir dann doch zu individuell auf meine Bedürfnisse bezogen und so bleibe ich bei knappen 5 Sternen und spreche eine absolute Kaufempfehlung für alle diejenigen aus, die ein wissenschaftlich einwandfreies, durchaus sprachlich etwas anspruchsvolles, aber sehr gut zu lesendes Buch über die eigene Wahrnehmung und den zugrunde liegenden Prozessen erwerben möchten. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.